Als ich heute hier hergekommen bin und ich freue mich, wieder in Wuppertal zu sein, da habe ich mich gefragt, was machen die Leute da alle, die so viel schreien? Und haben die keine eigenen Veranstaltungen, wo sie selber fragen können, für das, was sie wollen? Und das, meine Damen und Herren,